Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom. Auf der Playstation 3 machen wir hier mal ein bisschen Licht. Und heute mal ein kleines Video. Ich habe mir was gegönnt. Eine Playstation 4 in weiß, Call of Duty Adventure Proffer und Grand Theft Auto 5 wird in den nächsten Tagen noch kommen. Und natürlich habe ich mir noch was gegönnt. Ein 4K-Fernseher. Ne, das war Spaß. Das ist ein ganz normaler grundig Full HD-Fernseher. Aber ich glaube, ich muss mir auch mal was leisten. PS3 ist jetzt erstmal out. Ich werde das Ding auf jeden Fall mal anschmeißen und in den nächsten Wochen auch mal online zocken. Dann werde ich das mal alles so reinziehen. Mal gucken, wie das so ist. Und ich werde euch dann auch mal einen Bericht erstatten. Ich freue mich schon richtig auf die PS4. Wird bestimmt richtig cool. 400 Euro hat das gekostet. 60 Euro das. Ja, man muss sich im Leben auch mal was gönnen. Naja, mein Geld ist zwar weg. Ich habe noch ein bisschen. Aber hat ordentlich was gekostet, sage ich euch. Hat ordentlich was gekostet. Ne, hat ordentlich was gekostet. Also das kauft man sich nicht einfach mal jeden Tag. Das kann ich euch sagen hier. Es sei denn mal heiß, Bill Gates. Also das kauf zu sex. Untertitelung des ZDF, 2020